Weiter geht's bei City Skylight in der Realistic Population Modification Start. Deswegen bewittert den Part und viel Spaß! So, weiter geht's. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen machen, die ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt. Schon seit Tagen. Aber ich hab ein bisschen voraufgenommen und deswegen konnte ich manche Sachen nicht direkt umsetzen. Deswegen bedenkt das bitte, dass ich manchmal mal ein paar Tage im Voraus aufnehme. Zum Beispiel das. Das habt ihr mir so oft geschrieben. Und ich dachte mir so, boah, das muss ich jetzt bald machen. Denn dieser wunderschöne Bahnhof ist wohl nicht in unserer Zone hier drin. Und deswegen wird der auch nicht abgeholt, ne? Eigentlich schlau. Und der ist so leicht noch in der Zone drin, aber der gerade eben nicht. Und deswegen muss ich diese Fußgängerzone an dieser Straße einrasten und einfach mal drücken. Und jetzt müsste das eigentlich abgeholt werden. Das war's. Gut, oder? Und dafür der ganze Trubel. Ich mein, klar könnte man jetzt auch noch das hier als Fußgängerzone deklarieren. Aber dann bezahlt man auch mehr, ne? Ja, das ist das Ding. Reicht das jetzt? Müllabholungsgerät? Obwohl, hier fährt ja eh kein Müllabholungsgerät rum, ne? Das finde ich total doof. Null von zehn Müllwagen. Aber dafür die LKWs, die ja alles Mögliche machen. Nachteil ist dadurch, wir können da nicht alles freischalten aus diesem Gebiet, weil einfach keine Müllwagen rumfahren. Aber ist nicht schlimm. Jetzt wissen wir, woran es liegt. Und alles ist gut. Und hier habe ich, glaube ich, auch eine Richtlinie reingeballert. Ich glaube, das ist die Altstadtrichtlinie, oder? Wo bist du? Hier, Stadtplanung, Altstadt. Genau, das ist da keine LKWs durchfahren, die dann von hier aus nach da abkürzen. Das Blöde ist, dadurch, dass ich das Gebiet jetzt auch auf die andere Seite gezogen habe, da brennt es, sind hier auch keine LKWs noch durchgefahren. Und das soll ja nicht sein. Also, ich hätte ganz gerne schon, dass da LKWs herfahren. Deswegen Pause machen. Zone. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt schneiden können. Können wir das durchschneiden? Jetzt gehe ich einmal hier entlang. Oder ich muss auf der anderen Seite halt ein separates Gebiet machen, ne? Wäre vielleicht am intelligentesten. Anstatt jetzt hier so einen Schnitt drin zu haben. Ich weiß auch gar nicht, wie das, ähm, ob das funktioniert. So. Abgeschnitten. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Hier war ja alles nicht richtig. Ja, sehr gut. Zack. Oh, jetzt ist die Straße wieder frei. Krass. Das wäre echt eine Altstadtstraße geworden, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, dann sind die immer so rumgefahren, um da hinzukommen. Oh mein Gott. Da willst du mal mit den Richtlinien rumspielen, dann machst du alles nur noch schlimmer. Was ist das denn? Ne, aber wirklich mal. Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. So, ich hab jetzt extra mal Pause gemacht, damit ich jetzt folgendes machen kann. Ja, ihr verbindet euch zwar. Hey! Aber nicht so ganz. Und jetzt müsste ich theoretisch, warte, wenn wir das hier wieder wegmachen. So. Dann mach ich jetzt hier auch wieder Green Cities rein, so wie es vorher auch war. Wo bist du? Green Cities, da. So, und jetzt müsste eigentlich... Haben wir? Ja? Ja. Haben wir. Jetzt sollte sich die ganze Konstellation ändern. Die ganzen Autos, die vorher jetzt immer hier rumgefahren sind. Hatte mich schon gewundert. Fahren jetzt wieder hier durch. Endlich haben wir hier wieder Stau. Zum Glück. Das müssen wir mal gucken, wie es sich entwickelt, ne? Genau, hier ist der Bereich. Den Bereich haben wir letztens ein bisschen gemacht. Irgendeiner hat hier noch eine Idee, was hier hin sollte. Ich weiß aber nicht mehr, was. Habe ich vergessen. Bibliothek ist da ja schon. Schiene geht hier dann weiter in die Richtung. Aber was auf jeden Fall noch ganz kurz hinkommen könnte, ist... ...ein Parkplatz zum Beispiel. Weil hier können echt wenig Autos parken. Und irgendwas will ich auch noch erklären. Habe ich aber einfach vergessen. Ach ja, warum ich manchmal Wege parallel zu den Straßen mache. Also einfach, keine Ahnung, jetzt kann man es, glaube ich, schlecht erkennen. Wenn ich hier so ein Wohngebiet habe und dann parallel noch so einen Weg da durchbaue. Aber das mache ich halt einfach Optik. Also zum einen wegen der Optik. Und zum anderen, weil die kleinen Männchen hier super gerne laufen. Klingt total doof. Aber die laufen super gerne. Und deswegen soll man den Leuten auch ganz viele Anreize geben, Wege zu benutzen. Jetzt war ich wieder bei City Skyline 2, ne? Weil da sind die Wege so breit. Warte. Beziehungsweise nicht so breit. Das hat mich jetzt verwirrt. Nee, gefällt mir nicht. Genau, ich will das hier behalten. Machen wir so. Und so. Na, schon besser. Da brauchen wir nichts. Hier können wir noch... Aber sowas hier zum Beispiel. Aber wenn zum Beispiel hier einer wohnt, der nach da möchte, der kann jetzt hier in Langlauf und nach da... Okay, das ist ein blödes Beispiel. Da gibt es nicht viele Alternativwege. Und dann hier noch. Moin. Und genau, ein paar Parkplätze an der Stelle noch. Da hätte man jetzt... Ach nee, dieser Custom Parkplatz. Der ist zwar geil, aber nicht immer. Der funktioniert halt auch nicht an jeder Stelle. Und sieht auch nicht an jeder Stelle gut aus. Was ist das denn? Oh. Realistic Parking. Stimmt, ich habe neue Sachen drin. Nice, dann nehmen wir die. Boah, bitte lass es gut aussehen. Bitte, bitte. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß, das Muster ist jetzt so relativ gleich auf den Dingern. Aber wenn man zum Beispiel den hier nimmt... Dann sieht es gar nicht mehr so gleich aus. Und vor allen Dingen... Und? Wenn die nachher noch Gebäude drum sind, dann fällt das gar nicht mehr so auf. Aber krass, bin gespannt. Dann bräuchten wir hier aber noch Straßen ohne Grünstreifen. Ihr kennt das, sonst fahren die da rüber, ne? So. Klasse. Und dann kommen hier noch ein paar Wohngebiete hin. Von den Großen natürlich. Das ist auch wieder so ein komisches Ding hier, ne? Zumindest auf der Seite. Ich muss mal die Straße nochmal neu machen. Wir zippen die jetzt mal kurz weg. Und manche haben auch gefragt, wie lange ich denn dieses Projekt noch weiterführe. Vielleicht gefällt es manchen nicht. Vielleicht wollen manche irgendwie was anderes sehen. Aber man kann es a. nicht immer allen recht machen. Und b. läuft das eigentlich noch ein bisschen länger. Können wir vorstellen. Auch wenn, muss man ganz ehrlich sein. Wenn ich jetzt einmal im Monat ein neues Projekt bringe mit irgendwelchen anderen Spezialsachen, würde das natürlich mehr Klicks bringen. Aber das ist das Schöne bei mir manchmal. Manchmal, nicht immer. Ich mache nicht immer alle Sachen nur für Klicks. Auch wenn ich davon lebe. Ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ja, parkt doch. Ah ja, okay. Guck mal, man muss die nur anschreien. Man muss die nur anschreien. Was tun wir hier noch hin? Da würde ich vielleicht so ein Café für die Polizei so einen Donut wagen. Woher kommt eigentlich das Klitschee? Ich denke mal aus den Serien, ne? Parks und Plätze. Oh, warte mal. Schade, sind alle eckig. Das wäre auch noch gut gekommen, so ein Park. Aber so ein Laden wäre auch nicht schlecht. Guck mal, ein Tennis Clubhouse. Das ist ja riesig, du. Da bauen wir gleich auch mal. Bauen wir jetzt, dann vergesse ich ja wieder. Aber wohin? Eigentlich hier, ne? Willkommen zum Tennis Clubhouse von WillGuard92. Link dazu in der Videobeschreibung. So. Ist das dann schon eine Produktplatzierung eigentlich? Finde ich bei meinem anderen Kanal DeviTech halt immer so geil. Oh, warte mal. Der würde ganz genau da reinpassen. So, ich markiere alle Sachen mit Werbung. Beschweren sich alle. Dann markiere ich nur vorne im Video mit Werbung. Beschweren sich auch alle. Also nicht alle, aber beschweren sich manche. Also man kann es nie allen recht machen. Das ist total weird. Aber eigentlich ist das doch alles eine Dauerwerbesendung, oder nicht? Wenn das Haus so bleibt, ist geil. Dann sind die Bäume da an der guten Stelle. Ja, ist doch super hier. Guck mal, kannst du hier parken. Okay, dieser Parkplatz nimmt im Café natürlich ein bisschen flowig, ne? Guck mal, aber an sich schon geil, ne? Das fehlt bei City Skyland 2 noch. Diese Interaktion mit diesen Gebäuden. Fenzes. Gab es nicht auch einen separaten Fenzes-Reiter? Ne, ne? Keine Mauern? Hier ist ein Fenz. Betongleismauer. Sieht aber nicht so aus. Ne, ist ein doberer Zaun. Ne, einen Holzzaun wollen wir nicht. Dann nehmen wir wieder unseren altbewährten Erz-Industrie-Zaun. Ne? Äh, Öl-Industrie-Zaun. Das Gitter hätte ich gerne. Ey, wo fanden die denn raus? Oh, zu gut. Nein. Wo fanden die denn überall raus? Dann muss ich der Tier der offen lassen. Fanden die auf beiden Seiten raus? Eigentlich ist nur der da aus. Ne, komm, wir machen das hier zu. Oder? Ne. Doch, vielleicht. Herzlichen Glückwunsch! Level 3! Oh, dann können wir bald... Oh, Frucht... Oh, Frucht... Mein Gott. Frucht... Flughafen-Frachtplatz. Aus Flug und Fracht wurde Frucht. Gut. Okay, wir sind Level 3. Das heißt, wir können jetzt bald einen maximalen Flughafen bauen. Und damit meine ich maximal... Ein bisschen dumm hier, ne? Obwohl? Ja, es ist okay. So, das heißt, wir haben diesen Bereich weitergebaut. Wir haben einige Fehler behebt, behoben. Behebt ist auch gut. Dann, äh... Haben wir hier nicht auch ein Krankenhaus? Ne, haben wir gar kein Krankenhaus. Geht es hier weiter mit weiteren Straßen? Hä, warum rastet er denn nicht mehr ein? Könnte ausrasten. So. Oh, warte mal. Vielleicht ja einfach schräg lassen. Komm mal, mit Krankenhaus. Komm mal her, grüne Straße mit Bäumen. Jetzt seid doch nicht so traurig. Das steht doch nur drei Meter weiter rechts. So, dann, äh... Kommt das? Sind wir traurig und happy. Hm? Ne, das war jetzt egal. Komisch. Oh, guck mal. Der Weg hat sich angeboten. Wie cool ist das denn? So, und dann der Tennisclub dann hier hin. So. Aber einen normalen Tennisplatz gibt es nicht. Man könnte ja auch noch Freiluftplätze dahinter machen, ne? Aber jetzt fragt man sich bestimmt, ja, warum ist denn so ein Ding genau in der Stadt? Ja, fragt man sich öfter. Aber wir haben zum Beispiel auch eine riesige Golfanlage neben einem fetten Einkaufszentrum. Kennen ihr das? Topgolf? Das ist auch für Leute, was die noch nie einen Golfschläger in der Hand haben. Da kann man... Also wir haben eigentlich immer nur Angry Birds gespielt. Eigentlich sehr traurig, aber hat trotzdem Spaß gemacht. In einer Golfanlage virtuell Angry Birds gespielt. Also man hat sich trotzdem bewegt. Das war gut. Das war in Ordnung. Jetzt bauen wir hier schon wieder weiter, ne? Was ist denn heute los? Wir machen ja heute nur noch 200.000. Herzlichen Glückwunsch später. So, ja. Genau, was ich noch machen wollen würde, wäre... Das war auch eine Idee von euch. Also deswegen weitere Ideen von euch in die Kommentare. Aber bitte nett schreiben. Manche schreiben so, als ob ich das machen muss, dann sind die weg. Okay, so Kommentare waren schon länger nicht mehr. Aber gab's auch mal. Das war gut. Ich bin eigentlich wegen dem und dem gekommen. Dann bin ich wieder weg. Okay. und zwar dass wir hier vorne ein... Wie nennt sich das? Ein Touristengebiet machen. Also ein Stadtteil auszeichnen und da dann ein Touristengebiet machen. Also es gibt einmal eine Freizeit und ein Touristengebiet. Und in dem Fall wäre es dann das Touristengebiet. Ja, auch noch. Und wir sollten jetzt vielleicht mal bei 200.000 langsamer so eine Optimierungsfolge machen. Mal die Bahn nachgucken. Gucken, ob Wasserstrom fehlt. Also Strom wird nicht mehr fehlen, wenn wir dieses komische Superkraftwerk da. Aber wer weiß, was noch kommt. Dahinter machen wir mal nichts. Die Reis auch gut, die auch. Hier vorne hätte ich gerne noch ein paar Geschäfte, auch wenn die ein bisschen kleiner ausfallen. Angefangen hier bis da. Dann könnte man dahinter noch ein paar Büros machen. Das ist ja geil. Ist ja der Bahnhof, können die aussteigen? Ab zum Büro. Das war eine Schule, ne? An der Uni, okay. Dann hast man den Bereich frei. Boah, der Rechner muss aber manchmal jetzt auch mal lochen, ne? Zwischendurch. Wie kommt's? Okay, jetzt ziehen die gerade alle ein. Hier fahren die gerade alle woanders hin. Der läuft noch. Guck mal, der läuft wirklich noch. Oh, das ist ja schön. ist halt nur immer noch sehr voll. Wir sollten auf jeden Fall noch alternative Frachtpunkte einbauen. Dann haben wir's. Und hier fahren jetzt auch mittlerweile mehr Autos her, ne? Ja, genau. Auch LKWs, by the way. Wie gesagt, vorher war es Altstadt. Obwohl, zum Angucken sollte man auf 1 machen und nicht auf 3. Oder zum Bauen generell, ne? Ah, ja, endlich. Jetzt haben wir hier endlich wieder Stau. So fühlt es sich wieder richtig an. Aber das wird sich nachher nochmal legen beziehungsweise werden wir das nochmal bearbeiten, wenn wir, ähm, ja, ein bisschen mehr die Innenstadt fertig haben. Weil hier hinten hört's auf. Ähm, hier ist noch nichts. Da ist noch nichts. Aber eigentlich könnte man wirklich jetzt mal hier weiterbauen, oder? Großer Kreisverkehr zum Abfahren. Straße entlang des Sandstrandes. Obwohl, den können wir natürlich auch noch bearbeiten. Könnten vielleicht schon mal die Bäume hier wegmachen. Weil die müssen wir nachher sowieso nochmal hinmachen. Das waren keine Bäume. Das sind Bäume. Jo, das auch weg. Ja, hier werden wir eh komplett neu setzen. Aber hier ist ja so ein Schatten drauf. Nein. Ah, ne, das ist ja eh der Pinsel. Der war's. Geht nicht. Ja, okay. Ja, manche Stellen sind einfach dunkel. Aber die sieht man ja auch nicht mehr, ne? Weil, passt auf. sieht man hier noch wie der Boden aussah? Ich glaube nicht mehr, oder? Das ist aber schon ein ordentliches Stück statt hier. Auch hier mit dem Park drin, ne? Der ein bisschen erweitert wurde. Mit der Börse, mit meinen Investitionen. 28 Millionen. Das geht nur da oben. Das geht nur da oben. Hammer. Okay, dankeschön fürs dabei sein. Wir haben heute einiges geschafft. Also wir sind über 200.000 gekommen. Hier sind noch einige Wohngebiete ausgemalt. Da müssen noch ein paar Leute einziehen. Dann haben wir das hier angepasst. damit da nun endlich auch wieder Fahrzeuge erfahren. Und unser Bahnhof hat immer noch Müll. Warte. Wir werden da noch mal ein bisschen mehr reinbügeln. machen wir den ganzen Bahnhof rein. Sicher ist sicher. Ich weiß, hier hat der geklappt, aber was soll's. Und den Rest sollten wir so lassen, weil da sind echt überall Häuser, ne? Und dann kann man auch, warte, so. Da drunter ist ja auch noch die Zone. Ja auch. Nein, das ist ja eine neue Zone gemacht. So, so ist gut, oder? So, und ich hoffe, Müll ist das nächste Mal weg. Deswegen Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss!